Wie geht's Jungs? Alles klärchen? Und selber? Ja auch, alles gut. Wie geht's? Alles klar, mein Wester? Hast du dir alles im Griff oder was? Ja? Ich hab ihm gesagt, dass ich Sonntag Mario Kart mitspiele und das soll er sich neben mir setzen, ein bisschen zu gucken. Und dann meint er... Tipps geben dann, wie du besser fährst. Er sagt, er gewinnt immer, wenn er gegen Fremde spielt. Ich sag, die sind da viel zu gut. Spielst du mit großen Kontrollern oder kleinen? Ich hab Pro-Controller. Der ist so wie der Xbox-Controller. Ja, echt jetzt? Ich hab das Ding in der Hand gehabt. Bestell Amazon. Ja, aber morgen ist doch das Turnier, oder nicht? Ach so, ja stimmt. Das ist ja kein Turnier, das ist ja nur ein bisschen Spaß. Ja, aber trotzdem, man muss geil spielen können, ne? Ich muss mal gucken, dass wir das rechtzeitig schaffen. Morgen kommt mein Tätowierer noch. Wo willst du tätowieren? Ich hab mal gehört, tätowieren kann eine Sucht werden. Stimmt das? Wenn man mit dem ersten Tattoo anfängt, dass man dann zweite, dritte, vierte und dann um und so weiter? Am Anfang bestimmt, ja. Aber mittlerweile hab ich da keinen Bock mehr drauf. Also, jedes Tattoo ist absoluter Stress. Aber wieso machst du das denn noch? Ja, weil ich halt... Das ist ja ein Projekt im Grunde, ne? Also, eine Wand, die du ansprichst und da sind halt noch Freiflächen. Ja, aber die Wand kannst du danach wieder streichen, dann ist die wieder weiß. Ja. Ich kann mich auch wieder streichen und weiß mal, indem ich es entferne, per Lasern. Ja, und dann... Jetzt kommst du, ja. Narben überall und sowas. Nein, das ist nicht Narben, egal. Du kannst auch nach Lasern, das ist keine Narbe. Ja, aber... Manche Leute lassen sich lesen und danach wieder neu tätowieren. Aber man sieht, glaube ich, ein bisschen einen Rückstand oder sowas. Irgendwas war da, ne? Ja, ich bin da jetzt nicht mit der Lupe rangegangen. Weiß ich nicht. Aber ich lass mich morgen hier tätowieren. Auf beiden Seiten. Echt jetzt? Was würdest du dann machen? Auf beiden Seiten... Flügel oder was? Ne, ne. Auf der einen Seite Aho und auf der anderen Seite ist doof. Ne, ich lass mir auf beiden Seiten Schwert tätowieren. Du weißt, Rippen ist heftig, ne? Das ist richtig... Also, das Fleisch von den Rippen ist dicht an den Knochen, das wird wehtun. Ich weiß. Aber... Also ein Schwert oder zwei? So eins rechts, eins links? Nein, nein. Auf beiden Seiten exakt das gleiche Schwert. Für... Du weißt, ich... Bruder, ich könnte niemals... Also das von der Symmetrie und von der Optik... Ich könnte mir jetzt hier nicht... Keine Ahnung, etwas rundes tätowieren lassen und hier etwas nicht rundes. Ich wollte einmal eine Story posten. Das Schild war nur ein bisschen schräg. Er sagt, nein, Bruder, das postest du nicht. Ich sag, warum? Er sagt, das muss gerade sein. Weißt du noch? Gewisse Sachen... Also, dafür fühl ich mich getriggert. Ja, genau. So das so... Äh... Ja, gerade... Ach. Oder jeder hat seinen Sünden. Selbst als gläubiger Moslem kannst du nicht dafür verurteilt werden, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt. Letztendlich ist es deine Haut. Ja, also von... Also der Einzige, der richtet ist Gott natürlich. Also daran glauben wir. Aber äh... Aber ja... Ja, Jani ist... Also sagen wir so, wenn du beispielsweise... Du... Mein Bruder, haken wir das Ganze einfach ab, okay? Mit? Mit einer Sache. Du bist kein schlechterer Moslem. In dem Fall. Wenn du ein Tattoo hast. Von dem Glauben her. Also du hast auf jeden Fall... Äh... Von der Religion her eine Sünde begangen. Ja, aber du bist dadurch kein... Kein... Äh... Also... Ich verstehe, was du meinst. Du bist natürlich im Sinne ein schlechterer Moslem als jemand anderes, weil du hast diese eine Sünde. Nein, auch nicht. Der andere hat dann aber auch was anderes, was er dann macht. Das... Genau das meine ich. Jeder hat seinen Effekt. So das ist ja das, was ich sage. Man sollte einfach versuchen, auf sich selber zu schauen, um nicht zu gucken, wer der Schlechtere ist. Was ist das für ein Ding? Den lassen wir errichten. Oh mein Gott. Guck mal hier, was ich noch hier habe. Der ist ja auch von mir. Ja. Habe ich den letzt mal hier vergessen? Den hast du hier gelassen, weil er leer war. Aber ich rieche immer dran. Der ist mal ein bisschen besser. Denn eine breite Spitze. Aber boah, das ist ja fast schon... Damit kannst du Wände streichen. Ja, nie mal, Bruder, damit wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin und ein Stein macht einen Lackkratzer... Ja, natürlich, ist dein Fahrrad schwarz? Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Bist du mit dem Fahrradsitz unterwegs? Nein. Was ist denn mit deinem Roller? Der steht bei Oma und Opa. Ja, okay. Aber ich war ein Bruder, ich bin ja gestern erst aus Berlin wiedergekommen. Ich weiß, wie war Berlin? Super. War gut? Ja, war entspannt. War Wetter? Super. War entspannt auf jeden Fall. Gutes Wetter gewesen. Außer ich mir den kleinen Zeh gefühlt. Ich habe das gesehen in der Story, ja. Bruder, der 10 lager ist blau. Echt jetzt? Und das ist nur passiert beim Aufstehen. Ich weiß nicht, wie das... Keine Ahnung. Ich bin aufgestanden und habe mir irgendwie den Zeh umgeknickt gestoßen. So eine Kombination aus beiden. Gestoßen und umgeknickt. Und ich habe mir... Wenn das jetzt der Zeh ist, dann habe ich mir hier unten ist die Haut aufgeplatzt. Weil ich ihn so umgeknickt habe, dass so ein Druck war, dass es zwischen den... Unter dem Zehennagel ist die Haut aufgeplatzt. Und das ist... In diesen Dings hier? Ja, genau. Da ist die Haut aufgeplatzt, da habe ich einen Cut und der Nagel ist blau geworden. Das ist ja... Also... Ich kann dir zeigen, wenn du willst. Ja... Ich zeig dich in die Kamera. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, aber... Ja, zeig mal, weil ich habe das gesehen nur in das Frische und das sah nicht so schlimm aus. Nee, ich sah auch keine Kacke, Digga. Oder das Ding ist, es sah in der Story nicht so schlimm aus. Hier, guck. Hier ist... Hä? Walla, das habe ich noch nie gesehen. Wie kann das denn passieren? Hier ist gerissen und hier ist blau. Ich sah auch keine Kacke, Digga. Also ich sage euch ehrlich, Chad, ich habe das noch nie gesehen. Ich hatte... Meine Kinder haben sich oft blaue Zählen gehauen. Ich habe... Ich habe keine Kacke... Der ist hier gerissen. Die Haut ist da einfach gerissen. Aber habe ich noch nie gesehen. Und der Wichser ist blau. Und die ist alles rot. Der Wichser ist blau. Und weißt du, was so nervig ist? Ja, du ziehst dir die Socken ein. Ein Fussel bleibt in der Wunde hängen. Ja, genau. Und dann ist die offen auch vielleicht. Ja. Und dann kommen wieder Dings durch. Und dann kommen wieder Dings durch. Ich habe auch schon erwartet, dass... Als du deine Story gepostet hast, dass Cody dann auch eine Story macht. Und sagt, ich will dir helfen oder so. Oder der... Ich mache aber nur mit dir ein bisschen. Ich weiß. Jetzt bist du auf den Genuss kommen, TikTok, ne? Dieses Stitchen und so. Mit Duett nimmt man in 10 Sekunden, 20 Sekunden gefühlt auf. Und bringt ein bisschen Reichweite. Und warum nicht, Digga? Hast du gegessen schon heute? Mhm. Und was? Vegetarisch natürlich. Ich habe heute gegessen. Vegetarisch. Aber du bist kein vegan jetzt, ne? Du bist vegetarisch. Einfach nur kein Fleisch. Oder trinkst du jetzt auch keine Milch mehr? Ich trinke keine Milch mehr zu Hause. Was? Warte mal. Du trinkst keine Milch mehr, die dir immer da war. Diese frische Weidemilch. Das ist heftig. Aber ich bin nicht vegan. Ich versuche bloß auf vieles zu achten momentan. Ich habe, Bruder, eine gute Alternative. Ich trinke so eine Hafermilch. Ja, kenne ich. Ja, ich weiß. Hafermilch. Die trinke ich. Wenn ich jetzt mal in Berlin habe ich mich gefühlt zu 95% vegan ernährt. Weil da halt einfach die Möglichkeit, die Restaurants und alles. Kannst du gar nicht vergleichen mit dir, Serien. Nein, Bruder, Schwanz. 0,0. In Berlin habe ich zu 95% vegan ernährt. Einzige, was glaube ich nicht vegan ist, ist mein Frühstücksmorgen gewesen. Mein Rührei. Das ist halt vegetarisch. Ist es vegetarisch? Ei ist vegetarisch, ja. Ach stimmt, das ist ja kein Fleisch. Na ja, also Ei kann man essen Vegetarier. Ja? Oder war doch so schön, ne? Ei ist vegetarisch. Naja, doch 100%ig. 100%ig. Doch auch 100%ig. Ja, ich glaube schon. Ei ist vegetarisch. 100%ig. Und heute habe ich gegessen ein Dinkelbrötchen mit Käse und Remoulade. Ich sagte, Bruder, das war auch wieder, ich bestelle mir das. Ich gucke ihr zu, wie sie es macht. Guck kurz weg, guck wieder hin, sie legt mir eine Wurst drauf. Anstatt Käse. Ich sage, ich hatte doch gesagt, ich möchte Käse. Und dann nimmt sie die Wurst runter und hat das auch schon aus Brot draufgelegt. Dann sage ich, tut mir leid. Neues Brot. Ne, ne, tut mir leid nicht aus Brot, auf den Salat. Bitte den Salat dann einmal wegschmeißen oder weg, weil ich möchte das nicht mehr essen. Und das habe ich gegessen. Also ein Dinkelbrot mit Käse und Remoulade. Dann habe ich mir veganes Sushi bestellt und vegetarische Frühlingsrollen. Und dann war ich vorhin noch bei Mariso und habe Bratkartoffeln mit Rührei gegessen. Das war bis jetzt meine Ernährung. Warte mal, aber veganer Fischstäbchen, du kannst auch rein theoretisch Sushi, Avocado und Gurken drin essen. Genau, das ist veganes Sushi. Genau, richtig, ja. Vegetarisch oder nicht auch? Vegetarisch, vegan ist ja, also vegan, ja. Vegan ist, glaube ich, einfach nur keine tierischen Produkte mehr? Keine tierischen Produkte. Also alles, was von den Tieren kommt. Richtig. Quasi Milch. Aber, Digga, keine Käse und so. Kein Käse, kein Honig. Jetzt macht man eine Eins, wer vegetarisch lebt, eine Zwei, wer vegan lebt und eine Drei, wer alles isst. Sehr viele, äh. Viele Dreier, ne? Die hast du auch okay, jeder hat so viel Lust hat, Digga. Aber, äh, außerdem hat, es gab noch niemals, nur weil die Mehrheit eine Sache macht, heißt es nicht, dass sie richtig ist. Ich meine nur, also so im Allgemeinen. Nein, nein, nein. Wenn man jetzt sagt, ja, ich bin kein Vegetarier, weil die meisten sind das auch nicht, das ist kein Argument. Du, äh, letztendlich ist es ja so, Bruder, äh, 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 ich hab schon immer das geteilt, was jemand macht. Und, äh, dazu zählt jetzt aktuell meine Phase, wo ich mich vegetarisch, äh, ernähre, manchmal sogar über einen längeren Zeitraum fast vegan. Und das teile ich auch und ich reib das niemanden oder die Nase oder sowas. Und selbst wenn auch jetzt, wo wir gerade drüber reden, äh, von, von, äh, dann 10.000 Zuschauer, die du hast oder so, äh, äh, 50 überlegen, oh, ich werde diesen Monat mal ein bisschen drauf achten und weniger Fleisch. Anstatt 5 mal die Woche werde ich einmal die Woche nur Fleisch essen. Äh, dann, äh, dann ist doch schon cool, dann hat man doch schon, dann hat man doch was Positives mitgegeben. Ja, ist ja auch noch was. Aber jeder, jeder kann doch das machen, worauf er Bock hat. Ja. Also, mir ist ja egal, ich mach's ja für mich und für jemand anderen. Ja, 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 ja. Ja, doch, ich weiß genau, was du meinst. Sag mal, was ist denn, komm mal, ja, bitte. Komm mal ein, Amri. Du stehst da die ganze Zeit rum. Guck mal, sein Wirbel, wie der seine Haare so Dings macht, anders, ne? Was, 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 was ist denn jetzt die Mission von dir gewesen, ne? Die nichts. Du stehst die ganze Zeit an, du willst auch immer in die Kamera, ne? Ja, mittlerweile, er versucht ab und zu so, aber, weil ich GTA spiele und so, ich will nicht, dass er so oft hier, weil, du weißt ja, mit GTA redet man ein bisschen anders. Sag mal, dein kräftiges Händedruck, den du hast. Aber mal nicht so doll. Deine Hand ist verbot. Mach mal den richtigen kräftigen Händedruck? Träumt gerade. Träumst du? Hallo. Hier spielt die Musik. Einmal einen kräftigen Händedruck. Mach mal richtig. Wow. Wir haben auch ein bisschen doppelt. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Ich hab euch gesagt nicht so doll. Wow. Du hast die Kraft vom Papa willkommen, ne? Er sagt einfach, ne? Digga, hier spielt die Musik. Ich guck dir beim Reden, guckt man in die Augen. Nicht da die Scheiße. Digga. Du hast schon viereckige Augen von Papas PC, Alter. Weiß, er guckt immer so ein Dings, ne? Wenn man mit jemandem redet, guckt man dabei ins Gesicht und nicht am PC. Was guckt er nochmal? Was hast du denn da gemacht? Ah, wie da rein, gefallen die jedes Mal, Junge. Ich weiß, du siehst aus dem Fleck, wie ein Fettsack, Alter. Du hast aber wirklich Spaß gemacht, Alter. Das stimmt. Was? Er hat wirklich einen Fleck da. Ja, ja. Trotz dem fährt er jedes Mal drauf rein, wenn ich sage, was machst du? Dann guckt er einmal runter, dann gibts immer den hier. Islam, sag mal, wer ist besser in Mario Kart? Du oder Monty? Sag ehrlich. Wirklich ehrlich. Was, Junge? Wollen wir um Schoko-Eis wetten, dass ich besser bin? Ja, so fangen wir nicht an. Darf man schon um Schoko-Eis wetten, ne, ne? Das fängt so an. Und am Ende... Ja, dann lass gleich 500 Euro, Monty, ja. Davon jetzt dann ziehen wir uns. Du glaubst, du machst mich in Mario Kart alle? Der fährt Papa gut in Mario Kart? Ich sag dir ehrlich, er gewinnt gegen mich. Ich bin scheiße. Ich bin richtig schlecht. Ja, keine Ahnung. Aber er macht jetzt halt nicht diese Drift und so, die er könnt, glaube ich. Ich sag dir so, wie es ist. In Mario Kart hast du irgendein Monty Abi keine Chance. Wallabilla. Keine Chance. Er will so ungern sagen, glaube ich dir. Keine Chance. Du machst mich beim Ring kaputt und Händedruck bist du auch doll, aber Mario Kart... So. Was ist los, hä? Was ist los? Hier immer vor der Kamera den Schicht rein machen und wenn wir wieder vor der Kamera nicht in der Kamera sind... So, dann zeigen wir ja jetzt hier. Warte mal. Spann mal an. Das zeig dir man schon mit Trick. Warte mal, stell ich mal so. Warte mal so. Mit so Zugschwannen am Gabelstab doch so ein bisschen. Aber er hat gegant. Okay. Uiuiui. Oha, Digga. Guck dir mal den Oschi. Oha, der ist ja steinhart, Alter. Oha, Digga. Wie hast du den denn trainiert, Junge? Oha, guck dir den an, Alter. Was für ein dicker Oschi. Mehr als Papa. So, ich ziehe wieder durch. Mein Kollege kommt gleich. Komm, ich bring dich zur Tür. Easy. Der Kollege, der keinen Roller hat? Digga.